Herzlich willkommen zum neuen Video, du bist hier auf JTI Games gelandet, ich bin Chris und heute gibt's Herausforderungen und zwar leider, leider die letzten und zwar ist das hier der Volltreffer-Modus. Ja und danach ist die Season-Ball zu Ende, wie lange dauert es nämlich noch? Neun Tage? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, alles dreht sich hier um Volltreffer, ich hab euch ein paar Sachen gezeigt, Link ist nicht in der Beschreibung, schaut einfach am Channel nach, da ist ja alles da. Und ich zeig euch heute folgendes, triff ein leichtes Ziel des Schießstandes. Wenn das Video geholfen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben, darum, wenn du Bock hast, lass auch ein Abo da, denn nur bei mir gibt es zu jeder Season, zu jedem Start einer Season einen kostenlosen Battle Pass, damit wir gemeinsam Level 100 erreichen können. Und ich würde mal sagen, los geht's. So, insgesamt gibt's drei Schießplätze quasi, einmal hier bei Haunted Hills, das ist irgendwo hier, da gehen wir auch gleich hin. Dann gibt's noch einen zweiten und den findet ihr quasi in der Nähe von Polar Peak, das müsste irgendwo hier so in den Dreh sein, dann einfach mal schauen. Und den letzten findet ihr dann in der Nähe bei Lucky Landing, zwischen Fortlefields und Lucky Landing, das ist dann ungefähr hier. Aber wir schauen erstmal hier nach und machen ein paar Schüsse. So Leute, der Schießstand ist recht einfach zu finden. Ihr kennt ja dieses wunderschöne Gebilde, dieses kleine, wunderschöne, ja, bergähnliche Ding. Und diese wunderschöne, palmenähnliche Mallorca-Feeling-Ecke. So, ich stelle euch jetzt hier drauf. Und dann gibt's hier ein Ziel, zack, das war's doch schon. Ende. So, wisst ihr, ganz einfach, zack, zack, easy, easy, zack, zack, äh, 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 kommst du hoch? So, und dann gibt's noch mehr Aufgaben, das heißt, ihr müsst dann irgendwie schwere Ziele treffen und so weiter und so fort. Das Einzige, was sich hier verändert, ist dann folgendes, ihr seht dahinter, da sind noch mehr. In den nächsten Aufgaben, also in der nächsten Aufgabe müsst ihr dann, ich glaub, ein mittleres oder ein schweres treffen. Und die sind einfach nur weiter entfernt. Es ist ja völlig egal, ob ihr jetzt den hier abknallt oder halt ein bisschen weiter zielt und knallt den hier ab. So, das wär dann das schwere Ziel gewesen. Das ist dann, glaub ich, die Prestige oder die zweite Aufgabe oder die dritte oder die vierte. Und, ja, so zieht sich das dann hin. Das ist recht, recht einfach. Ähm, ihr müsst einfach nur die Fundorte wissen. Und die sind halt hier bei Haunted Hills, wo ich grad bin. Hier unten bei Polar Peak und hier zwischen Lucky Landing und, äh, Fortle Fields. Ganz easy, ganz einfach gemacht. Und das wär's auch schon. Äh, ich wünsch euch viel Spaß dabei und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn das Video geholfen hat. Und ein Abo, wenn du Bock hast auf den Battle Pass in der nächsten Season. Ding ist nämlich gratis. Man kann den hier verschenken und das ist richtig nice. Äh, im Channel sind noch mehr Videos. Und ich freu mich drauf, wenn wir in der nächsten Season gemeinsam Level 100 erreichen. Ich bin jetzt 91, glaub ich. Kann man das hier irgendwo sehen? Natürlich nicht. Und, ähm, ja, wünsch euch sonst viel, viel Spaß bei Fortnite. Denn ihr wisst ja, ich liebe euch alle. Bis dann. Und, ähm, ja, wünsch euch. Und, ähm, ja, wünsch euch allen. Und, ähm, ja, wünsch euch allen. Vielen Dank.